hallo meine lieben und herzlich willkommen mein name ist kippen bimowitsch dies ist bimopolis sehr beeindruckend ich weiß ich weiß und ich bin heute in der erstgabe muss ich mich um ein paar kleinigkeiten kümmern zum einen muss ich hier ein paar gebäude abbreiten so dass ich nicht vermeiden oder unten fehlt wasser darum könnten wir uns auch gleich kümmern erledigt damit haben die jetzt alle wasser richtig oder falsch ja jetzt haben die alle wasser ja noch mal ganz kurz zur erinnerung warum das hier das ist ein experiment ich versuche ungebildete arbeitskräfte in die nähe dieser firmen zu platzieren um zu sehen ob ich den bedarf an ungebildeten arbeitskräften decken kann denn dass sie ungebildet sind das sieht man hier kein zugang zur universität also alles rot ja dann dementsprechend habe ich hier ein paar ungebildete und die können ja dann theoretisch mal da so hingehen was ist hier los kranke bürger ja gut krank ist doof krank sollen sie nicht werden vielleicht wäre es ganz gut ich würde deswegen eine kleine eine arztpraxis zumindest mal irgendwo unterbringen ich sehe hier ist ein plätzchen frei aber andererseits könnte ich das ebenso gut da hinsetzen ja das tun wir und hoffen auf baldige genesung gute besserung sage ich da nur gute besserung so dann schauen wir doch mal was hier jetzt noch so alles passiert auf jeden fall ist hier mal wieder eingeblendete kops nein da ist der rettungsdienst wo fährt er jetzt wirklich dahin der fährt den anders der fährt zum nachbarn hier sind die kranken und da fährt er hin skandalöse zugänge äh vorgänge jetzt in das skandalös oh da kommt schon der nächste fährt auch dahin okay ähm ich habe so das gefühl dass zwar meine idee grundsätzlich gut ist aber zu ganz funktionieren sind denn hier ja da sind leute drin hier wohnen zum beispiel elf ungebildete und hier vier und hier neun und hier zehn und hier 13 aber gleichzeitig fehlen hier jede menge arbeiter aber jetzt gerade hat es ein abgenommen habt ihr gesehen da ist ein 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 symbol verschwunden okay jetzt hier ist bei der firma schon wieder untergegangen jetzt mal sehen ob das was bringt das wäre ja wirklich interessant wenn man hier quasi mitarbeiter in der nähe platziert also ich sag mal bevölkerung in der nähe platziert die hält man dann gesund und so aber mehr auch nicht jetzt hier verbessern sich schon die gebäude ah das ist die nächste bankrott mangel arbeiter wohlgemerkt so was haben wir jetzt hier da sind leute reingezogen vier ungebildete die nächste firma also bis jetzt geht mein plan noch nicht so ganz auf ne ich glaube ihr merkt das auch das ist noch nicht so ganz optimal andererseits kommen dann auch dauernd wieder neue firmen hier sieht man es ne da da Kartonfabrik im Bau Franz Fischstäbchenfabrik warum ist das hier eigentlich sowas das ist doch doof ich wollte doch hier eigentlich wollte ich doch hier Forstindustrie haben haben die das vergessen finde ich bemerkenswert irgendwie ist es diese Einstellung der Forstindustrie abhandengekommen und stattdessen kamen jetzt wieder Firmen die hier die Luft verpesten so aber jetzt habe ich die Forstindustrie wieder aktiviert und man sieht das Gebiet gestaltet sich um es verändert sich aha da hinten seht ihr da haben wir schon Pellet Brennstoff AG eigentlich müsste sich das ganze jetzt hier ein bisschen verändern zum positiven hin mal sehen ob ich damit auch recht behalte aber bis jetzt bin ich eigentlich optimistisch also man sieht ja es hat sich einiges verändert schade nur dass es jetzt hier alles so versmockt ist hier unten ist es schön aber da oben ja bisschen schwierig jetzt schauen wir mal wie sich die Dinge entwickeln mal langsam erstmal mal schaue ich mal da rein moderne Möbel Eiswürfelfabrik wie angegossen das ist die Feuerwache und das da Industriegebäude was ist das nochmal hier warte 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 beste Teile also ich finde es entwickelt sich aber es ist immer noch nicht optimal weil man erkennt schon hieran dass diese Horstholzwarn das sieht natürlich schon ein bisschen arg katastrophal aus gut es liefert schon irgendwie Holz aber es ist schönes anders so schauen wir mal hier Forstfreunde im Bau also dieses Wohnviertel hier sieht wirklich gut aus das muss man sagen es ist eine sehr hübsche Anlage komischerweise hier in der Mitte ist noch ein Grundstück frei aber ansonsten ist es wirklich schön Underhill Residenz sieht echt gut aus jetzt müsst ihr bloß noch hier die Umweltverschmutzung abnehmen kann ich denn hier an dieser an dieser Gegend noch irgendwas einstellen was clever wäre Rauchmelder Recycling Parks und Erholung warum nicht Rauchverbot das finde ich so cool Steuerung Stadtplanung Hightech-Häuser Hochrausverbot Verbot für starken Verkehr Gebäude leert sich 76 Prozent voll 63 Prozent voll hier wird ordentlich verbrannt ordentlich in Anführungsstrichen weil sie richtig geil finden tun wir es natürlich nicht das ist alles ein bisschen komisch vorhin als ich das hier hatte das Forstgebiet da war das nicht versmogt und jetzt ist es versmogt aber jetzt entstehen hier tatsächlich lauter Firmen die offensichtlich irgendwas in der Forstfabrikation tun bretter fürs leben hier ist jetzt auch was entstanden die Segemühle aber es ist bemerkenswert schlecht hier auch ja hier ist ein bisschen da ist ein bisschen was los sage ich jetzt mal ja vielleicht müsste ich mir überlegen diese Müllverbrennungsanlagen woanders hin zu packen ich mach die mal da hin zack pack die jetzt einfach mal da hin das müsste ja der Gegend schon mal so ein bisschen helfen theoretisch zumindest und da müssen wir halt mal sehen ich hab den Eindruck dass es ein bisschen besser geworden ist das ist doch jetzt grüner wie vorher oder da täuscht das kommt mir das so vor naja gut wir werden sehen ich bin auf jeden Fall gespannt hier das haben wir ansonsten ja viel mehr kann ich an der Stelle nicht machen gut die Leute werden krank das liegt an der unmittelbaren Nähe zur Industrie ja das hat schon bisschen Rauchentwicklung und so nicht ganz so optimal man erkennt es richtig hier so in der Mitte da zieht sich so ein bisschen noch so ein leichter Nebel rüber und dann werden die Leute krank vielleicht wird es ja jetzt langsam besser wir beobachten das hier drüben Wasser, Wasser, Wasser Wasser hat man oder nicht brauche ich offensichtlich einen Wasseranschluss das krieg mal wieder regelmäßig hin das war es nämlich schon so müsste jetzt auch das Symbol gleich verschwinden so ist das so was haben wir jetzt hier noch so ich könnte ja auch mal meine Nachrichten lesen gerade eben hat es Gong gemacht Müllabfuhr ja ok Bürgermeister Maisfelder sehen besser aus als schmutzige Fabriken Urlaub verlängert Pflanzen wiesen Recycling ah ok also das der Rest ist eigentlich alles mehr oder weniger wie immer das ist gut da hinten haben wir irgendwas was mich anblinkt mehrere sogar wenn ich ehrlich bin gehen wir mal her wir löschen mal zwei Firmen aus da haben wir noch mehr und hier ist auch nicht gerade optimal aber es hat sich da oben auch so ein bisschen beruhigt ne zumindest so mein Eindruck da könnte man jetzt natürlich auch nochmal auf die Idee kommen zu sagen na ziehe ich auch nochmal so einen Feldweg rein finden die Anwohner jetzt offensichtlich nicht so geil dann machen wir das anders 1 2 3 4 ja klar ihr seid echt unersättlich so dann wollen wir mal ziehen wir das hier so ein und dann kann ich noch ein paar Kleinigkeiten machen zum Beispiel könnte ich jetzt hergehen und sagen ich mache das hier weg ich nehme die Straße verbinde das alles miteinander irgendwie so nehme dann nochmal ein bisschen davon ziehe das da rein so und dann könnte ich ja eigentlich hier ein bisschen Gewerbefläche ermöglichen und jetzt brauche ich halt das was man immer braucht an der Stelle nämlich ich könnte mich erstmal um die Wasserversorgung kümmern für die Zukunft zumindest genau das ist das dann brauche ich natürlich Wohnfläche okay das habe ich jetzt schon gemacht und dann brauche ich was man halt immer braucht jetzt kann ich natürlich mal gucken Gesundheit ist nicht gerade optimal in der Region aber ich könnte natürlich relativ easy irgendwo eine Arztpraxis rein donnern am besten wäre wohl auch wahrscheinlich in der Nähe meiner Bürger ich mache das mal da hin dann brauche ich auch wahrscheinlich auch wieder eine Feuerwache mindestens mal eine Feuerwache dann brauche ich da rein und ein bisschen Polizei hat auch noch nicht geschadet hm 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 mach ich da hin so Bildung machen wir natürlich nicht wir wollen ja bildungsferne Mitarbeiter heranzüchten für die naheliegende Produktion von irgendwelchen landwirtschaftlichen Gütern und deswegen probieren wir das jetzt mal genau auf die Tour so ähnlich wie hier das hier funktioniert grundsätzlich ganz gut schade nur dass hier alles so verslockt ist das ist echt doof ich finde es finde es echt blöd das war vorher anders ich glaube ich will jetzt hier nochmal ich mache nochmal Tabula rasa aber es war anders deswegen hält mich das auf so jetzt pass mal auf jetzt schmeiße ich das mal alles weg hier alle verpistelt würde ich mal weil ich will erstmal sehen dass das hier wieder smogfrei ist beziehungsweise so so richtig smogfrei ist es nicht ja man sieht richtig den Unterschied oh jetzt haben wir natürlich keinen Strom ja daran hätten wir auch denken können bevor wir jetzt das abgerissen haben ähm machen wir trotzdem mal hier im Industriegebiet bauen wir halt nochmal ein bisschen was rein so ein Streifen und dann müssen wir mal gucken was wir machen ich bin mir jetzt hier im Moment gerade nicht so ganz im Klaren wie wir das ganze in den Griff bekommen könnten vielleicht ein bisschen schleierhaft jetzt kommt natürlich mal wieder keine Firma ist auch wieder klar ne was ich machen könnte auf jeden Fall mal das wäre auf jeden Fall die Überlegung wert ist so ein bisschen Kommerz rein zu packen so ein Streifen nur um ähm damit die Einwohner nicht direkt quasi an diesem Industriegebiet dran wohnen sondern dass da eben nochmal eine Unterscheidung da ist eine Trennlinie quasi die wollen ja sowieso irgendwo shoppen gehen jetzt habe ich auch mein Stromproblem gelöst schade nur dass hier jetzt immer noch alles so völlig keine Ahnung das ist völlig versüfft die Gegend gut kann es natürlich auch echt nochmal an dem hier liegen oder so eine Art dauerhafte Verschmutzung die ich jetzt herbeigeführt habe aus Versehen vielleicht braucht es auch eine Weile bis es sich erholt schwierig wir machen jetzt trotzdem nochmal folgendes und errichten hier nochmal diese Forstwirtschaft achten auch nochmal darauf dass es wirklich Forstwirtschaft ist so ist es das ist Forstwirtschaft genau Forstindustrie ja und dann müssen wir mal sehen wie sich die Dinge entwickeln ich meine mehr kann ich mehr kann ich hier im Moment nicht tun ich könnte jetzt natürlich hier auch noch diesen Streifen vergeben nur um zu sehen was passiert und das mache ich jetzt auch wisst ihr was ich mache das im ganz großen Stil jetzt wollen wir mal sehen ob er das nicht hinbekommt so genau jetzt haben wir nämlich hier das ganze schon mal ordentlich hochgefahren und um das noch zu zu grünen machen wir das hier unten auch noch so prima dann schauen wir uns doch mal an wie sich jetzt die Gegend so entwickelt vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen besser aber nur vielleicht so meine Lieben ich würde dann an dieser Stelle einen kleinen Cut machen und wir schauen dann mal wie sich die Dinge entwickeln ganz einfach spätestens in der nächsten Ausgabe wissen wir mehr und können dann gegebenenfalls ein bisschen reagieren ich bin ja sehr gespannt wie das hier wird Moment Moment oh man da entsteht jetzt schon wieder wahrscheinlich völlig ja genau oh man das will ich nicht nein 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 hier Forstwirtschaft das ist alles Forstwirtschaft hier alle seid Förster ihr wusstet das vielleicht nicht aber es ist so ihr seid Förster so ich hoffe plötzlich auf die Idee hier die ich nicht haben will so jetzt 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 kann es wachsen und gedeihen so hier mal ein bisschen Drogerie und so das ist doch vielleicht gar nicht schlecht dann können diese Einwohner hier auch so ein bisschen ähm ne oh hier braucht es wieder Wasser also es gibt noch viel zu tun das seht ihr schon ich bin hier noch lange nicht am Ende es gibt noch sehr viel zu tun das habe ich schon erkannt unter anderem bräuchte ich zum Beispiel auch mal eine eine Buslinie es wäre auch mal nicht schlecht wenn ich sowas hätte äh damit meine Bürger quasi von zum Güterbahnhof kommen und auch zu den nahegelegenen ähm möglichkeiten wir machen das jetzt auch mal kurz machen wir mal eine Buslinie hier dann einmal da hin immer so in etwa zur Mitte hin versuche ich das jetzt mal zu platzieren beziehungsweise jetzt auch mal so machen genau dann einmal da dann hier runter da hin und dann da hin da hin schaffe ich die Runde nicht so ganz da und dann nochmal hier und dann nochmal hier und dann nochmal hier und dann fahren wir jetzt wieder hoch dann fahren wir wieder hoch dann fahren wir die Mitte quasi nochmal ab genau das ist eine gute Idee so und so und dann halten wir hier nochmal und zack Linie beendet so jetzt haben wir hier auch einen Bus äh Strang und können damit quasi meine Mitarbeiter immer schön zur Arbeit bringen egal wo sie arbeiten immerhin keine S-Bahn anbinden aber doch zumindest mal die Möglichkeit mit dem Bus hier in ihrem Viertel rum zu cruisen so jetzt gerade ist das mit den Arbeitern kein Problem aber das ist ja auch klar ich habe ja alles abgerissen morgen werden wir dann gemeinsam feststellen ob mein Plan aufgeht oder ob das eine Schnapsidee ist ich tippe auf Schnaps in diesem Sinne meine Lieben mein Name ist Captain Bam bei mir seid ihr besten bis morgen tschüüüüüüüüüüüüüüüüß ich hab heute schon Trionen wie Pops besiegt mein Lashen es bei Millionen beliebt hab heute 100.000 Autos geknackt GTA macht's möglich ich wurde mal verknappt Ich hab in meiner Welt ne eigene Stadt Die ein Zoo und ein Aquarium hat Ich bin der größte Fisch, regiert ist ein Tasch Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich Der Pass kommt von CR7